Tritra trulala, man weiß jetzt nicht, ob das wirklich echt ist, ob so ein Wahlplakat wirklich gibt. Also ich weiß das jedenfalls nicht. Ich fühle mich schon wieder gründlich verarscht, weil... Ähm, was würde die CDU denn tun? Also die, was ich hier übrigens großschreiben würde. Aber wer weiß, nach der Rechtschreibreform ist das ja vielleicht alles anders. Da muss man das denn nicht mehr großschreiben. Ähm, die würden wahrscheinlich noch eine Million hinlassen und weiter verlautbaren lassen, wir schaffen das. Aber wirklich, wirklich, wie man jetzt so ein Wahlplakat von Beratern, die wahrscheinlich auch wieder viel Geld gekostet haben, die Berater der CDU, die denen raten, so ein Slogan aufs Wahlplakat zu drucken. Ich fürchte, die appellieren an die Demenz eines jeden einzelnen Wählers. Ich scholze jetzt, genau. Kann mich schon ja nicht mehr erinnern. Was vor ein paar Jahren war. Ihr Arschlöcher. Ist wirklich, ist wirklich, also nicht zu glauben. Aus meiner Perspektive. Wiederhören. Wholeachel. Wholeachel.